Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? Ich habe auf Ihrem Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir noch sicher. Vielen Dank. Danke mir sehr noch nicht. Fräulein Schneider. Und now, if you will indulge me, perhaps we can converse in English. For as you know, I'm sure practice makes perfect. Bitte. Name Sie das Blut. Have a seat. So, Herr Gruber sent you to arrange for my departure. I'm sure I am flattered. It was Herr Kommandor Spiegel. Sehr gut. Very good. One cannot be too careful these days. You look so serious. Let us drink. To my return to the Fatherland. The French deserve each other. But, my God, I will miss the cuisine. Take the Ortolan. That tiny, delicate songbird. It's eyes poked out, so that it can gorge. And then, it's drowned in cognac. It's ingenious. I'm not sure what I will miss more. Savoring this sweet flesh. Or watching it thrash to death. Hm? But, there is one thing of which I am, certainly. Watching your son flail as he drowned under my boot gave me the greatest pleasure of all. Roussard! This is for my comrades. This is for my son. This is for me. Vive la Résistance.